Ich mag an meinem Job, dass ich helfen kann, dass ich Patienten gesund erhalten kann und ich Erkrankungen stoppen kann. Mein Name ist Adina Mauder, ich bin Dentallegienikerin und arbeite seit neun Jahren für die Swiss Dental Academy. Erstmal herzlich willkommen! Ein bekanntes Gesicht, ich freue mich alle begrüßen zu dürfen für den heutigen Tag. Die Kurse machen sehr viel Spaß, es sind kleine Gruppen und innerhalb der Präsentation im theoretischen Teil ist es häufig das Fragen entstehen und wir die Antworten geben können, sogar mitunter in Diskussionen. Es ist ein Wissenstransfer, der auf fundierten wissenschaftlichen Studien vorhanden ist. Es geht im Vordergrund, im Fokus um die Guided Biofirm therapy. Wir gehen in die Theorie, es geht um die Piezo-No-Pain-Technologie. Der Kurs richtet sich an jeden zahnmedizinischen Mitarbeiter und auch an die Ärzte. Wir trainieren an dem Modell und wir trainieren auch an einem Ei, was sehr viel Spaß macht, weil es Darstellung gibt, wie muss ich es in der Mundhöhle praktizieren. Wir üben intensiv, ich coach die Teilnehmer, wir machen auch Individualkurse. Wir als Trainerinnen kommen zu Ihnen in die Praxis und trainieren das gesamte Praxisteam. Wir sollten immer mehr lernen und uns fortbilden und mit der Wissenschaft gehen und immer wieder in die Zukunft schauen. Und das entwickelt sich innerhalb der Technologien und auch der Prophylaxe, Methoden sehr viel. Und warum soll Stillstand vorhanden sein? Wir müssen uns bewegen, wir sollten mit der Wissenschaft gehen. Der theoretische Teil war sehr informativ und der praktische Teil war auch total super, weil man selber auch üben konnte und sie auch einfach gezeigt hat, machen Sie es so oder machen Sie es so, dass man es wirklich auch nochmal verbessern kann.